So sieht's mal alles, ich sage hey ho, wie sagt Lasko? Hey ho! Lasko! Hey ho! Lasko! Fug ich zu gehen. Und wie sagt die Lasko? Klingt so gut, Moni! Mach Moni! Gibt's? 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 And Lizzie Slott took a great job at pulling that knife. And Lizzie Slott would think of Henry who jumped back just a bit further than the namer. And reentened in front of her. And both jammers are in the back of ten. Woo! Das ist eine Star-Wallschuss für Glasgow. Und wir werden jetzt mal von den Schlüsseln geschehen. Jetzt sind wir in die Boxen. Es wird in den Boxen gehen. Vielen Dank für's Zuschauen! Der General von Kastos, der Bediener Mauer lässt. Der Bediener Mauer wird sehen, dass er nicht mehr ist. Niemand hat sich an der Mauer zu ergerissen. Ja, ich weiß nicht, dass er nicht mehr ist. Danke, mein Lieber. Du bist so richtig. Ich bin so schief. Und wie Sie sehen können, es ist nicht mehr ein Power Jam. Und der Score ist 85-37. Berlin ist in der Liga. Der Liga-Führer ist in der Liga. 37-37. Adriana Lasko ist in der Liga. Das Liga! Danke, mein Lieber. Der Liga Lasko ist in der Liga. Der Liga! Das war gut! Appel, Appel, Appel. Applaus Wow, lasso. Ausland zu spielen, das ist eine Wunderschöne Strecke. Ein Wunderschöne Strecke. Und ihr könnt sehen, das eine Jäufe für Gäufe zu sehen. Tremendlich 85-62. Die Strecke sind 65. Das ist eine Wunderschöne Strecke. Many teams have had great experience with these ever-changing sports. Lucia Gostoro. It's all good for Lascaux. And Berlin should not be able to play the game. Here comes the good Lascaux. Come here! 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 You still have ten minutes, eleven minutes, to go by a raffle ticket for 17. When the period clock stands at ten minutes, that's when the raffle ticket selling will be...